hallo normal herzlich willkommen zu unserem vorlesen liebe kinder ihr ja wisst ist die bibliothek immer noch geschlossen aber kein problem wir machen einfach wie letztes mal wieder ein vorlesen und heute habe ich euch meine lieblingsgeschichte mitgebracht und da freue ich mich schon den ganzen tag ich hoffe es gefällt euch auch ein bisschen und wie ihr ja wisst es ist wie im theater bei uns habe wieder unser kamishibai wieder mitgebracht und da ist es auch wieder so dass der vorhang wieder aufgeht und jetzt geht er wieder auf und wir lesen heute die geschichte der schaurige schusch von charlotte habersack und wie ihr seht da ist ein gebirge das simmelgebirge das ist ganz ganz hoch das sieht man daran dass man da die wolken so sieht und auch die flugzeuge und die hubschrauber die fliegen und man muss sagen das simmelgebirge ist ein bisschen weit abgelegen da wohnen nicht so arg viele tiere nur so ein paar tiere und es ist bisschen so isoliert und man kann auch ganz ganz weit gucken da ich auch wenn man ganz oben ist kann man sowieso weit gucken und bis zum nachbargebirge kann man gucken sieht auch ein paar wegweiser und ein paar von den tieren die lernen wir gleich noch mal kennen bei unserer geschichte aber ja also nicht so viel los wie oft auch im gebirge ich weiß nicht ob wir schon mal im urlaub im gebirge wart weiter oben ist oft schon nicht mehr so viel nicht mehr so viele menschen und tiere gibt es noch ein paar genau dann gucken wir mal und es war so auf dem doppelspitz wohnten bis vor kurzem nur ein paar tiere nicht sehr viele habe ich schon gesagt also gucken wir mal wen haben wir denn schön wir haben den hirschen in der geschichte steht drin das ist ein bockiger hirsch guck mal warum er bockig ist oder wisst ihr wann jemand bockig ist ja wenn er manchmal nicht so genau das machen soll was man zu ihm sagt vielleicht war die auch schon mal bockig das ist unser hirsch der freund dann haben wir ganz links die kennt ihr oder das kennt ihr das ist ein huhn ein scheues huhn ja vielleicht kennt ihr auch jemand der ein bisschen scheu ist ja das sind so das bedeutet wenn man nicht so ganz so viel zu den leuten so gleich so kontakt aufnimmt wenn man eher so ein bisschen zurückgezogen ist dann ist man scheu aber das huhn hat trotzdem sein ei dabei und ein paar freunde hat es ja es ist jetzt nicht so dass es ganz allein ist dann haben wir noch hier als nächstes haben wir die gams das ist auch ein tier das wohnt eigentlich auch nur im gebirge und hier in meinem buch steht das ist die garstige gams ja gucken wir mal ob sie wirklich garstig ist oder ob sich nur gut anhört auf jeden fall haben wir dann auch noch hier das murmeltier das maulige murmeltier und ich frage dann normalerweise die kinder immer und wie sehen die so aus sind sie glücklich sind sie nicht so glücklich sind sie gut drauf schlecht drauf was glaubt ihr und meistens sagen dann die kinder an nicht so ganz gut drauf manchmal manche finden die sind sehen so bisschen gelangweilt aus aber wir haben ja bis jetzt jetzt nur von den tieren geredet wir haben ja jetzt noch mal ein tier hier weil das ist nämlich jetzt immer mein besonderer freund ja das ist der hase der hase das ist ein ganz besonderer hase er ist nämlich der party hase weil ihr seht ja schon er hat hier sich bisschen raus geschmückt da hat eine fliege an ganz toll und er hat was zu musizieren und ich muss schon ehrlich sagen der party hase der sieht richtig gut drauf aus vermutlich ich tippe ja immer er war gerade auf einer party obwohl wir ja nicht wissen wie viele partys da oben auf dem berg so gibt geil weil es ist ja recht abgelegen und es sind nur ein paar tiere wie viele partys es gibt wissen wir nicht vielleicht will er auch nur auf eine party und freut sich auf die nächste das müssen wir jetzt halt noch rausfinden ja ihr wisst ja nach der party ist vor der party von dem her schauen wir mal vielleicht gibt es auch gleich eine große party also ich würde sagen der hase der ist auf jeden fall super drauf so und jetzt seht ihr mal auf einmal wie die tiere aussehen guckt mal hier das maultier ist völlig entsetzt die tiere sind auch etwas wenn man so die gesichter anguckt oh je es sieht so aus sie machen sich sorgen die fragen sich sachen die hohe das hohen ist so ganz so gott überlegt und und das hat auch ein grund wisst ihr warum die tiere sich gerade so aufregen und warum sie so so irritiert sind das ist weil die haben eine neuigkeit bekommen und zwar die haben folgendes gehört bald wird der schuss zu ihnen hochziehen zu ihnen auf das gebirge ganz weit oben wo es nur ein paar tiere gibt und weil weiter unten da hat ihm nicht mehr so gefallen hat es der schuss einfach beschlossen so jetzt sich auf das gebirge hoch und die tiere die waren völlig aufgeregt schaut mal wie aufgeregt die sind hier das murmeltier und und ja vor allem auch das huhn gut der hirsch der sieht jetzt nicht so ganz aus aber auch die ganz ja die sind wirklich völlig in aufregung sie hatten den schuss noch nie gesehen aber es war ihnen ganz ganz klar wie der schuss aussieht es war ihnen absolut klar ich hab gehört dass er so groß ist wie ein cola automat jammerte das murmeltier und so zottelig wie eine zahnbürste meckerte die gams außerdem stinkt er nach nassem hund so also alles klar für die tiere die stellen sich den schuss jetzt vor und die denken nicht unbedingt dass der schuss wirklich nett ist und freundlich die stellen sich ihnen schon etwas unsympathisch vor und hier guck mal da hinten da ist so ein schatten und der schatten ich glaube dass sich die tiere den schuss so vorstellen wie den schatten und auf den ersten blick bin ich mir da nicht so sicher ob da wirklich so sympathisch ist weil würdet ihr wollen dass so jemand riesiges mit so schrecklichen stacheln ob der dazu euch hochzieht also ich bin mir da nicht so sicher also ich glaube die tiere machen sich schon etwas sorgen und wenn man sich den schuss so vorstellt kann man sich das auch vorstellen so und jetzt kommt als nächstes so stellen sich die tiere jetzt den schuss vor guck mal was der alles macht guck mal was damit mit dem huhn macht oh gott das arme huhn wird ja völlig zerquetscht und guck mal die ganzen eier hat er dem huhn ja geklaut und hier der knochen der verspricht ja auch nichts gutes und ja man sieht die anderen tiere auch gar nicht mehr ja also der knochen könnte euch mal überlegen was das wohl bedeutet ja und dann da sie für den sie jetzt glaube auch nicht so ganz gut aus da wird auch an den an seinen löffeln da hochgehalten und jetzt stellen sie sich vor wie das schuss wohl so sein wird und dann ist das huhn ist ganz ganz aufgeplustert und sie hat gehört dass die tochter von der mutter von dem bruder gesagt hat dass es wie ein ganz wilder küsst guck mal abgeküsst wird es auch noch obwohl es nicht abgeküsst werden will schrecklich leute schrecklich schrecklich und es ist auch alle die tun ganz aufgeregt ich glaube so kann der hase auch keine party machen sieht für ihn auch nicht so richtig gut aus aber leute die tiere die sind da schon sagen wir mal so sie machen jetzt einen plan die sagen wir lassen ihn nicht her wir bauen einen zaun es darf einfach nicht herkommen aber leute guckt mal hier das problem ist kennt ihr dies kennt ihr so kartons das sind nämlich umzugskartons auf gut deutsch der schusch ist schon längst eingezogen also die ganzen sachen die die da machen wollten sind alle zu spät wir müssen ihn unbedingt loswerden sagt die gams und der hase der meint wir spielen verstecken und wir lassen ihn einfach nicht mitspielen lasst ihn auf keinen fall in euer haus sagt der hirsch aber dann kommt es wie sie gar nicht wie sie gar nicht damit gerechnet haben denn der schusch der lädt sie alle in ihr haus ein er macht nämlich eine einweihungsparty und wie ihr hier sehen auf unserem nächsten bild jedes tier bekommt eine einladung zu der einweihungsparty also ihr seht ja also das moment hier hat glaubt keine lust oder es hat angst der hirsch brauche ich nicht will ich nicht will ich nicht das huhn ist eh ein bisschen desinteressiert nicht interessiert und der hirsch und ne die gams die sieht auch nicht so aus als ob sie hin will niemand will auf die einweihungsparty aber wie ihr euch ja vielleicht schon denken könnt der partyhase guckt mal wie der sich freut der ist total scharf auf die party er hat die einladung und er beschließt er geht jetzt zu der einweihungsparty ja so jetzt frage ich immer normalerweise würdet ihr dann zu einer party gehen von jemandem den ihr noch nicht kennt ja manche sagen dann immer ja manche sagen nein manche sagen muss ich mama oder papa erst mal fragen ja aber der hase weil er ja der partyhase ist und keine party darf an ihm vorbeigehen entscheidet er er geht hin ja und jetzt leute alle sagen zu ihm guck mal die gesichter an hier alle sagen hase du kannst auf keinen fall auf die party gehen das kannst du nicht bringen das kannst du nicht machen aber der hase es ist dem völlig egal leute er klingelt klingeling und ihr seht hier ist auch schon das schussschild da ist der schuss eingezogen klingel klingel hat sogar ein blumenstrauß dabei nicht wie er ist macht man manchmal wenn man jemanden besucht ja auf jeden fall ihr seht es ist schon dunkel der abend ist fortgeschritten so und die tür geht auf und der hase geht rein so und was passiert jetzt guck mal der himmel ist hier hellblau und im nächsten sieht man der himmel ist dunkelblau es ist ganz spät nacht es ist viel zeit vergangen die anderen tiere die verstecken sich ja und warten hoch hoffen der hase kommt wieder aus dem haus raus sie machen sich große 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 Sorgen man sieht auch die gesichter wie sie bibbern wie sie angst haben denken oh gott der arme heise was wird wohl mit ihnen sein ja ja leute und ich muss euch sagen sie warten sie warten eine stunde sie warten zwei stunden sie warten drei stunden ja so richtig beruhigt waren sie nach den drei stunden dann nicht und als der hase nach vier langen schrecklich langen stunden noch nicht gekommen ist waren sie sich einig vermutlich hat's hasenbraten zur einweihungsparte gegeben ja und dann überlegen sie oh gott was machen wir müssen den hasen doch retten in dem moment wo sie beschließen sie stürmen sie sie wollen rein sie brechen die tür auf in dem moment geht die tür auf und tschüss sagt der schusch danke für den netten abend er stellt sich auf die zehnspitzen um den hasen besser umarmen zu können so leute das ist jetzt immer mein lieblingspunkt an meiner geschichte der schusch ist nämlich gar kein so gruseliges stachliges ding wie alle gedacht haben das ist der schusch und wie sieht der schusch aus ist er nicht süß und putzig und sieht er nicht wirklich nett aus und übrigens der hase das sieht so aus als ob er richtig spaß gehabt hätte guck mal da haben sie hier landen und eine richtig schöne party gemacht ja also der schusch ist ein kleines rosa Schweinchen würde ich sagen und ich glaube die haben sich jetzt richtig schon angefreundet aber guck mal wenn man mal nach draußen guckt guck mal wie es da aussieht da sind auch schatten und der schusch auf einmal sieht er die ganzen augen die da draußen stehen ja und er weiß natürlich nicht der schusch dass das die anderen tier sind und er sieht nur diese augen und diese diese umrisse gruselig und verangst quietscht es ganz laut und springt dem party hasen auf die arme und der hase lacht keine angst das sind doch sind doch nur meine freunde also wie ihr seht nicht nur die anderen haben angst gehabt vor dem schusch auch der schusch als er die umrisse sieht und die augen der hat auch ganz schrecklich angst gehabt so aber jetzt wollen wir ja mal gucken Moment jetzt geht es doch gerade nicht jetzt also der Hase winkt auf jeden Fall die Freunde mal her und sagt dass der schusch die mal besser sehen kann aber auch dass die Freunde den schusch sehen können jetzt können sie sich beide nämlich sehen alle waren ganz ganz zufrieden und erleichtert und hatten auf einmal auch gar keine angst mehr weil sie konnten ja jetzt mal sehen wie die anderen so sind und jetzt sagt das Murmeltier wir dachten du bist groß und riesig und zottelig und wisst ihr noch wie am anfang wie die gedacht haben dass der schusch ist dass er so ein riesiges tier ist mit so mit so so stachligen zotteln und so völlig unfreundlich und wir dachten du riechst nach hund hat die gams gesagt wir dachten du du klaust eier wir dachten du isst hasenbraten wir dachten du küsst wie ein wilder sagte das huhn ja und der schusch der lacht nur aber nein so ein quatsch es stimmt alles nicht obwohl eine sache die stimmt doch sagt der schusch was denn fragen die anderen ich küsse wie ein wilder sagt der schusch und das die huhn kriegt natürlich sofort wieder angst ihr wisst ja noch wie am anfang wie es das huhn gedacht hat dass der schusch ist es gleich abküsst dass es dann gar nicht mehr weg kann so ihr lieben jetzt guckt mal das ende von der geschichte guckt mal was sie für eine tolle party miteinander haben und wie sie alle viel spaß haben und jetzt haben sie sich bisschen angefreundet und viele neue freunde gefunden der schusch hat neue freunde und die anderen die wissen jetzt der schusch er ist ein wirklich netter kamerad so und dann bleibt nur mit unserem happy end und die geschichte zu beenden das war unser schauriger schusch und wie wir gelernt haben so schaurig war der schusch ja dann doch nicht dann schließen wir wieder unser kamerchi bei und das war jetzt die geschichte ich hoffe sie hat euch ein bisschen gefallen wie gesagt es ist meine absolute lieblingsgeschichte und die lese ich wirklich gern immer vor irgendwann wenn mal die bibliothek wieder öffnet dann könnt ihr mal wieder live herkommen und dann können wir mal richtig richtig so mit fragen und antworten mal wieder eine geschichte lesen aber in der zwischenzeit kann ich nur sagen ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen und wie gesagt es kommt wieder eine gelegenheit wo wir uns wieder persönlich sehen dann freue ich mich auch wieder und in der zwischenzeit sage ich tschüss und bis hoffentlich bald mal wieder so wir sind so ich mit ich habe jetzt dass Untertitelung des ZDF, 2020